Auf Ecstasy und Kokain. Meine Videos haben schon immer solche Titel und würden es nie auf Platz Nummer 6 in den Trends schaffen. Wenn ein so großer YouTube-Kanal wie ApeCrime ein Video macht über Drogen, das dann auch noch in die Trends schafft, muss ich einfach ein Video darüber machen. Denn nur so schaffe ich es auch in die Trends. Gib diesem Video bitte 10 Sterne. Am Anfang, als ich den Titel Auf Ecstasy und Koks gelesen habe, dachte ich natürlich, dass in dem Video André davon erzählt, wie er selbst auf Ecstasy und Koks war und da irgendwelche krassen Dinge erlebt hat. Aber in Wirklichkeit passiert in dem Video folgendes. Er war mit Freunden feiern und sieht dann in der Ecke so einen Typen, der total so am Abspacken war. Und er dachte dann so, ja hey, der Typ, der kommt gerade überhaupt gar nicht klar und hat vermutlich chemische Drogen genommen und ich muss mich jetzt um den kümmern, damit es ihm besser geht. Der Typ fiel vor allem dadurch auf, dass er hauptsächlich so komische Bewegungen gemacht hat, die André ungefähr in dem Video so imitiert. André ging halt davon aus, dass es von zu viel Drogen kam. Was auch indirekt stimmt, es kam halt von zu viel Drogen, aber nicht, weil der Typ an dem Abend zu viel Drogen konsumiert hatte, sondern weil er über die Zeit davor es einfach mit vor allem amphetaminartigen Drogen viel zu krass übertrieben hatte und deswegen jetzt Gehirnscheiden davon hat. Am Schluss ist die Message von dem Video dann natürlich, nehmt keine Drogen, denn wenn ihr Drogen nehmt, kann es sein, dass es euch so geht wie diesem Typen. Ich finde solche Videos eigentlich schon gut, denn wenn ihr es mit Drogen übertreibt, kann es ja in der Tat sein, dass ihr solche krassen Schäden davon tragt. Oder wenn ihr psychisch labil seid oder irgendwelche Vorerkrankungen habt, dann kann es sogar schon sein, dass ihr Schäden von dem Drogenkonsum bekommt, ohne dass ihr es total übertreibt. Dass MDMA zu kognitiven Schäden führen kann, habe ich ja auch schon oft genug auf diesem Kanal hier erwähnt. Man muss aber auch dazu sagen, dass wenn man sich an alle Safer-Use-Regeln haltet und man nur 2-3 Mal im Jahr Exzessive bzw. MDMA konsumiert und dabei nie mehr als 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht als Mann nimmt, man dann nur sehr, sehr unwahrscheinlich solche Schäden davon tragt, wie es André da in dem Video berichtet. Eine Sache, die wir natürlich auch nicht wissen können, ist, ob dieser Typ mit den Hirnschäden immer gutes Ecstasy bekommen hat, also Ecstasy, das überwiegend aus MDMA besteht, oder hatte der auch teilweise Ecstasy mit krassen Streckstoffen wie PMA oder PMMA, was viel schädlicher ist wie Ecstasy. Jetzt kommt aber noch der Punkt, den ich an der ganzen Sache so ein bisschen hinterfragen möchte. Und nein, jetzt rede ich nicht darüber, dass es bei dem Song Affengang von Apecrime folgende Zeile gibt. Häng auf auf 8 und seh nicht mehr klar, 4 Tage wach auf MDMA. Bang, wo das Video dreht, in einem Pfirsich auf Drogen werden Rohre verlegt. Dass Alkohol laut Studien gefährlicher ist als Ecstasy, wissen ja die meisten Zuschauer von mir. Hör, aber der André hat doch jetzt gerade in dem Video gesagt, wie krass der eine Typ abgekackt ist, weil er zu viel Ecstasy genommen hat. Ich kenn jetzt keinen, der so krass von Alkohol abgekackt ist. Und viele Freunde von mir trinken Alkohol und bei denen ist alles normal. Ja, vielleicht kennst du wirklich keinen persönlich, der auf Alkohol abkackt. Aber hast du noch nie in einer Bar den Typen gesehen, der schon total rotes Gesicht hat, überhaupt nicht mehr richtig reden kann und offensichtlich Alkoholiker ist? Hast du noch nie irgendwelche total aggressiven Obdachlosen gesehen, die dir Bierflaschen nachwerfen und irgendwelches wirres Zeug labern? Solche Alkoholopfer sieht man verdammt oft. Und das Problem hierbei ist, dass Alkohol so viel mehr Schaden anrichtet, dass wir den Schaden schon als normal sehen und ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Aber wenn man eine Person sieht, die auf Ecstasy abkacken, dann sticht das viel mehr raus und man denkt sich, oh krass, sowas wäre auf Ecstasy. Boah, das ist ja echt eine harte und schlimme Droge. Obwohl man viel häufiger Leute sieht, die genauso heftig auf Alkohol abkacken, aber eben nicht auffallen. Warum hat André nicht folgendes Video gemacht? Jo Leute, es ist neulich was passiert, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, deswegen muss ich jetzt ein Video dazu machen. Ich bin neulich auf der Straße entlang gegangen und dann war da so ein Typ, der krass nach Alkohol gestunken hat und total aggressiv war und mit Bierflaschen so um sich geworfen hat. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und hab gesagt, jo Leute. Jo ist alles gut bei dir, du hast doch bestimmt schon voll die krassen Schäden von Alkohol. Du laberst ja nur wirres Zeug. Okay, ist klar, warum er nicht so ein Video gemacht hat, weil wenn eine Person so aggressiv ist, würde man natürlich nicht so zu ihm hingehen und ihn das fragen. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Also wenn ihr das Video von André gesehen habt und euch daraufhin dachtet, boah, das ist ja echt krass, was so Drogen machen können, ich werde niemals sowas wie Ecstasy nehmen. Dann müsstet ihr, wenn ihr konsequent seid, das nächste Mal einen Obdachlosen seht, der krass nach Alkohol stinkt, auch sagen, boah krass, was Alkohol machen kann, ich werde auch nie Alkohol trinken. Fakt ist, alle Drogen sind mit einem gewissen Risiko verbunden, sowohl Alkohol als auch Ecstasy. Zu 100% sicher vor solchen Schäden ist man natürlich nur, wenn man keiner dieser Drogen nimmt. Abonniert diesen Kabal, wenn ihr nicht neuen Open Mind habt, dann auch ein Open Mind 3000.